Hallo Meme Leute, hier ist Dr.Crazy und heute spielen wir mal auf dem Server Revinzett Getter und mit dem Kollegen, wie ist dein Name? Ja, hallo, ich bin E&E Gaming, beschissener Name. Was kann man? Da ist ein bisschen dahinter. Ja, von zwei beschissenen Typen. Hier, hier, hier. Mir passt. Okay. Flotti Karotti, hier ist er. Also Lolli ZD, das heißt auf Revi. Wie, mich kennt ihr ja? Ah, zack. Ja, ich bin in der Schule. Ja, ich bin in der Schule. Sollte ich mal ein Video so ein bisschen spannender gestalten, also beleidigte ich mich durch die ganze Zeit. Wie, du kriegst mir nächstes Mal in der Schule wieder in die Eier. Nein, 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 das mache ich nur bei deinen Kollegen. Ja, nur bei Lolli. Ja. Aber dazu kann man auch sagen, er ist definitiv waltig, wie ein Missgebot. Ja, noch schlimmer als ich hier hier. Egal. Kann man da nicht besser helfen. Scheiße, hier ist ein Coinblock. Den kann ich wahrscheinlich nicht ankriegen. Aber mir war so scheiße. Aber mir noch schlimmer. Keine Coinbacken. Ja, das ist einfach das Problem. Keine Coinbacken. Keine Coinbacken. Einfach nothing. Weil letzte Runde konnte ich leider nicht aufnehmen, weil so zwei Spacken aus meiner, auch aus der Schule, habe mich angerufen und ich habe den ein bisschen getrolt. Ich habe ein bisschen was er gebaut hat auf dem Server, habe ich ihn nur sein Gebäude hochgesprengt. Und dann hat er mich immer angebettelt, ich sollte das Backup wieder drauf tun. Ha. Jetzt bin ich abgerutscht. Einfach mal nice. Und sorry, dass jetzt gerade keine Mucke drin ist, habe ich vergessen. Hm, sorry. Oh, die Tasche. Wede. Ah, endlich konnte ich diesen Coinblock jetzt einsammeln. Mit den Coinblöcken in dieser Runde steht es nicht so gut. Eigentlich können wir... Aber mir kommt 317, das ist... 348. Nein, 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 mein Internet ist gerade am abspacken. Ja, okay, jetzt bin ich wieder da. Manchmal spackt mein Internet ab. Da bin ich nicht schuld. Es ist das WLAN-Kabel. Denn du gekauft hast, Woffi. Nein, ich nicht. Ah, stimmt, das Internet ist halt nicht gut. Von deinen Eltern. Diese Hunde! Nein, seht ihr, das ist nicht schlimm. Seht ihr, das ist relativ gut. Computer doch. Das hat das Kabel. Alter, bei mir läuft sie 588 Coins. Oh, ich kann noch gewinnen, ich kann sogar noch gewinnen. Weil ich sehe, wo der andere ist. Aber leider kann ich... Oh, jetzt ist auch Lucky Regeneration. Ah, bin noch gestorben. Aber wir haben etwa die gleiche Anzahl von Coinblöcken. Immer... Beleidigen uns, wir gegenseitig. Wer mehr Coinblöcken steht. Ja, so... Du Jude, du geldgeiler Jude. Ja, das ist einfach... Das sind so Beleidigungen, die bei uns alltäglich gebraucht werden. Ich bin da nicht schuld. Nur dein Mund. Fuck jetzt auch. Schau! Ilias! Komm schon jetzt 814 Coins. Gibt gar nicht so schlecht. Auch bei den ersten Runden. Okay, dich verreißen. Ja, ja, ja. Ich werde dich ins Stücke hacken. Und ich werde davon hören, dass ich ihn mit gehacken machen. Fuck off! Das war mein Coinblöck. Wirklich, du hast noch mehr Coins. Dann musst du ja noch ein bisschen Coins von mir klauen. Ja, das war aber meiner. Ich wollte ja auch gerade da hin. Ja, ich war halt schneller. Musst du damit abfinden. Leider bist du nicht Ole, sonst hätte ich dir die Eier angeschlagen morgen. Ja, Sprung! Schön nice! Nicer, nicer geht's doch wohl nicht mehr. Also, bei mir läuft's. Ja, bei denen geht's immer... Bei ihnen ist es immer besser als bei mir. Immer. Er hat immer mehr Coins. Er hat immer mehr Coins. Immer mehr Coins. Wenn man eine Statistik aufstellen würde, würde man sehen, dass er immer mehr Coins hat. Das bedeutet, er ist einfach geldsüchtig. Okay, Coins. Oder wie man es noch nennen möchte. Rewe behinderten Punkte. Also, kann man sie auch nehmen. Ach so, ach. Ich bin wieder am runterfallen. Ich bin jetzt in der Runde 200 Coins kriegen. Oh, der muss... Ich weiß da, wo man immer am meisten Coins kriegt. Wenn man mich töten würde, würde man etwa 50 Minstens Coins bekommen. Ich hab sogar 100. Könnte ja auch schon eine Lücke. Ich hab ne... Es ist grad keine Coins-Suite, aber zwei Coins-Blöcke, die man so leicht erreichen kann. Ja, ich hab schon mal drei Coins-Blöcke in diese Runde gekriegt. Ob ich jetzt jetzt einen, aber... So... So noch einen? Nein, bin grad gestorben. Life is sad. Wie schon gesagt, es ist einfach Schicksal. Ja, dein Schicksal. Die Runden sollen für ihre Dummheit büßen. Hm, das kannst du grad dir so. Das kannst du grad alles sagen. Ja, das ist stimmig. Aber... Nein, ich krieg diesen scheiß Coins-Blöcke nicht. Bin auch zu weit entfernt, vielleicht schaffe ich es. Nein, schaffe ich nicht. Oh, ich hab's geschafft. Schau, ich hinterleine Hand. Alter, du kleine Mises, du Mises, Mises, Mises. Schau mal 1.500, ich hab's gar nicht. Ja, so viel hab ich noch nie gehabt. Ich hab maximal 1.300 gehabt mal. Am Ende. Okay, 782 Coins, grad jetzt nicht so schlimm. Heiße, ich muss jetzt Gas geben. 1.715, auch nicht schlecht. Äh, jetzt... Ja, 843 Coins. Das ist ja... Fuck, yo. In your ass. Ich mach einfach Bogen. Jolo. Jolo. Könnte ein... Könnte ein... Könnte ein... So machen, ja. Ich müsste... Prost, ja. Könnte ich auch nicht machen. Aber kann auch... Könnte ein... 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 So, ich... Entschande jetzt auf Level 30. Äh, wo... Auf welchen Level kriegt man Infinity nochmal? Nur 30. Glaube. Oder 20. Ich glaub 20. Weil da krieg ich meistens Infinity. Jetzt kriegt ihr Scheiße. Wie krieg ich jetzt in kein Infinity sonst? Oder soll ich in Level 30... Ich mach... Ich mach lieber ein Level 30er Schwert. Will mich jetzt jemand verarschen, dass ich kein Schabnis kriege? Nur Looting und so? Scheiße. Ich hab noch ganz schön ausgestattet. Scheiße. Ich hab jetzt... Ich bin jetzt grad scheiße. Ja. Ja, der hat so keine Chance. Einfach... Ich muss jetzt... Ich hab nur Flame. Kann ich... Kann ich in den... Ich bin einfach ein Abstauber. Muss ich abfinden damit. Ich will ihn halt abstauen. Ich brauch noch... Ich brauch ein paar Kills noch. Ich brauch you. Ah ja, dann lass mich in Ruhe. Bitte, bitte nicht töten. Bitte nicht töten. Ich komme nur in Frieden. Okay, ich hab mir nur das Schwert... Ich hab mir nur das Schwert gegönnt. Und äh, den Brustpanzer. Ja, der hatte nur Pro 3. Also das erste Mal, wenn er sich sehr tödlich kippt. Ach, schöne ich. Ha, ich hab grad zwei, den Typ ist einfach mal umgebracht. Oh, da ist da ein Leder-Typik. Ja, den machen wir weiter. Den will ich ja, den will... Nein, ich wollte ihn abstauben. Ich kann einfach 15 nennen. Fuck you. Ja, lass mich bitte in Ruhe. Please, bro. Wenn du da sehen würdest, was ich kalt habe. Go away. Go away. I'm going away. Please don't kill me. Wo ist der andere? Herr Kleiner. Ja, ich weiss. Ich bin... Ich weiss es. Ich bin ja ein Spectator. Er macht so... God damn... Sinn. Okay, machen wir nach vorne. Ich glaube, ich weiss, wo der andere ist. Den hole ich mir noch. Hab drei... Wie viele Kills hast du gemacht? Drei. Zwei. Zwei. Pack mal meine Scheisse hin. Nein, meine Grafikkarte ist da rausgefallen. Ich war so gut. Äh... Er muss auch... Ja, meine Grafikkarte ist da rausgefallen. Ja, bleib noch drinne. Ich will ihn noch töten. Wo bist du? Ich sehe dich sogar. Kannst du jetzt wieder arbeiten oder darf ich dich töten? Nein, du kannst mich töten. Du Mischgeber, du Mischgeber... Oh, das ist ein bisschen zu dauern. Ich habe jetzt eine ganze reine Bodenschärze. Und die Rücken ist saugut, den Schatten. Kannst du nicht sehen, wie viele Herzen du hast? Nein. Scheisse. Wo hast du Thorns drauf? Auf der Blutklappe. Thorns zwei. Ah, ah, jetzt ist der eine Typ, der wollte gerade abstauben. Ah, der hat mich, der Arsch. Ja, fuck you. Ja, jetzt nimmt er dich auseinander noch. Den wollte ich eigentlich haben. Ja, DJ. Egal. So. Ich will dir noch zeigen, wie lange ich... Wie viel ich habe. Schuh... Schuhstunden. Wotafuck. Äh, Stunden auf den Revis selber. Ja, das interessiert keiner. Doch. Sehr viel. Sehr viel. Sehr viele. Deutsch lernen für Anfänge. Sehr viel. Sehr viele. Interessiert mich aber. 64 Stunden. Das ist viel. Komm, noch 44. Da seht ihr den Unterschied. Das ist doch nichts. Ein Tag nur Unterschied. Ein 24 Stunden leistet ich von Revis das etwa. Ist doch nicht. Äh. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dir gefallen mit den I&O Gaming Gradien. Ich werde ihm am wahrscheinlichsten verlinken. Aber, doch nicht. Egal. Bis dann. Haut rein. Und tschüss. Tschau.